hallo zusammen ich habe hier einen kühlschrank von wemo 12 volt 24 volt aber heute geht es nicht um diesen kühlschrank sondern um die vorrang schaltung auf 230 volt wenn wir den kühlschrank drehen sehen wir hier den kompressor und eine steuerung seko also normaler standard und wir haben hier einen 2 12 24 volt anschluss wenn wir wenn ihr bei uns die option a bestellt kommt diese steuerung weg und anstelle dieser steuerung hier montieren wir diese steuerung das ist eine andere nummer das ist für 510 und die hatten 230 volt eingang also 110 bis 240 volt und unten dann der 12 volt eingang das heißt ihr habt ihr hinten ein 12 volt anschluss und 230 volt anschluss wenn beide eingesteckt werden läuft das ganze auf 230 volt und das 12 wird abgetrennt das ist wenn ihr bei uns ein gerät bestellt wenn ihr jetzt aber schon so ein gerät habt und das nachträglich nachrüsten möchte kommt die möglichkeit zum einsatz das ist ein netzgerät hier gibt es noch die inschiene dazu zum befestigen dann kann man es hier ein klicken oder es wird ihr mit ein bisschen montage kleber drauf geklebt ich habe hier den input für 230 volt das heißt hier schließe ich erde null leiter und phase an und hier unten habe ich den output also den ausgang 12 volt hier kommt dann zum beispiel außen der kühlschrank dran und input kommt die batterie dran das heißt auch hier haben wir dann die gleiche funktion wie bei dieser steuerung wie vorher erwähnt einfach dass hier drin ein netzgerät ist was runter transformiert auf 12 volt und der kühlschrank wird dann mit 12 volt gespießen mit dem röle drin für die vorrang schalten das ist eine alternative das verlinke ich euch unten drin das haben wir am lager ist im shop vorhanden das ist einfach so für die nachträgliche nachrüstung neu kommt das hier das ist ein prototyp das ist zu klein das wird so wahrscheinlich nicht kommen weil hier drin ist es relativ eng das zu verbauen wir haben hier zwei schrauben dann kann man das teil hinten anschrauben oder sonst irgendwie ich muss diese kabel weg ziehen hier habe ich eine sicherung drin dass die nicht weggehen dann hänge ich hier das minus und das plus an vom kühlschrank hier habe ich dann das 2 und das 12 volt was auf die zuleitung kommt zum beispiel auf die batterie jetzt habe ich hier eine batterie gebracht also minus auf die batterie minus das brote auf das rote plus und das läuft hier rein ich kann das käsen liegen lassen oder auch schön anschrauben für das hat hier zwei befestigungslöcher da kann ich mit dem ampermeter hier den strom messen wir sehen dass hier 3,7 amper fließen wenn ich diese messung hier macht sehe ich auch dass 3,3 amper fließen je nachdem ein bisschen geändert dann habe ich solch ein netzgerät das kennen wir von unseren kühlboxen wir haben hier auf der seite 230 volt kabel stecken wir hier ein in deutschland gibt es ein schokokabel und dieser stecker der passt auf unsere leds und auf die kühlboxen und das kann ich hier einstecken wir sehen jetzt hier der stromverbrauch liegt immer noch 3,5 ampere stecke hier ein der kühlschrank schaltet aus und jetzt läuft er weiter und der stromverbrauch von der batterie her ist null sobald ich natürlich dann den stecker raus sie geht zum moment kühlschrank schaltet aus schaltet wieder ein und läuft dann auf der batterie weiter wir sehen hier den strom der zieht ab der batterie und wir stecken wieder ein und der strom ab der batterie ist wieder null dieses teil hier in verbindung mit diesem netzgerät ist eine idee was wir auf markt bringen können weil diese industrienetzteile sind relativ aufwändig sind auch relativ teuer da sagen die leute immer was wissen ist da gold dran industrienetzteil oder reicht solch ein netzteil aus china mit solch einer umschaltbox die wir hier hinten irgendwo anschrauben können und so habe ich eine vorrang schaltung auf 230 das teil gibt es noch nicht das wird kommen sehr wahrscheinlich und dieses netzteil hier ablösen wir sind am gestalten was ist dass das gehäuse wahrscheinlich ein stück größer wird weil der inhalt hier ist relativ eng wissen wir nicht wie das jetzt momentan läuft wir werden die ersten test fahren ihr könnt unten in die kommentare abgeben was ihr von dem zwischensteil hier hält es ist wirklich nur ein kunststoff gehäuse mit dem stecker hier und die ganze umschalterei für den nachträglichen einbau wenn ihr 230 volt möchte hier bringe ich euch ein link über diesen kühlschrank der kühlschrank beschrieben und hier ein link über dieses led netzgerät warum das led heißt löst ein desaster bringe ich euch den link hier unten bringt mir die kommentare was ihr von dem teil hält hängt auch davon ab was ihr mir schreibt dazu vielleicht habt ihr ein verbesserungsvorschlag oder was würdet ihr anders machen und somit wünsche ich euch einen schönen tag ins